was geht ab meine liebe mann am start hier so ich nehme euch jetzt mit ihr zum 30.000 euro opening eigentlich wollte ich damit live gehen aber irgendwie fühle ich mich noch platt ich mache das jetzt mal hier über youtube wir werden morgen mal live gehen auf kick den link findet er natürlich unten in den kommentaren für alle die wissen wollen wo ich online am peitschen bin leute das findet ihr auch dass der erste kommentar da steht hier bin ich online am rumpulver da braucht eigentlich auch noch auf den link zu gehen dann seht ihr da alles auch die neuesten mit pay safe dies das jenes so wir mit 15 spiele alle mindesten minimum einsatz 20 euro legacy of dead haben wir sogar um 50er wie gesagt klar wollen wir plus machen aber in erster linie sind wir erst mal froh wenn wir unsere 30 mille retten so und jetzt gucken was die sache ist das spiel habe ich bisher eigentlich auch bisher immer nur wenig glück mit sie haben denn dann so mit den drei münzen in der mitte ganz schwierige sorge er ist das spiel ganz beschissen ja wir müssen hoffen leute und das kann auch eine ganze düste rutsche geben weiter geht es aber ja gut weiter geht so madame das zunächst der nächste holzfuß hofft mal der tebat geht die ersten vier drei oder vier spiele hatten wir gestern noch im stream gesammelt wie gesagt wenn ihr den ganzen humbug hier auch live erleben wollt ihr findet auch unten einen link in den kommentaren der schwört da irgendwo rum steht einfach kick dies das einfach drauf klicken macht euch da am konto drückt auf abonnieren und dann bestell mal eine meldung wenn ich gleich gehe und dann bin ich ganz schmutzig aus hier bis jetzt und dann bin ich ganz schmutzig aus aus Leute. Kommt. Eieiei. 33x, das ist natürlich gar nichts. Und zwar nicht. Das ist überhaupt nichts. So, weiter geht er mit Big Bass. Schau mal, was hier läuft. Wenn die Spiele so weiterlaufen, kriegen wir hier keinen 10 Millet zusammen. Wichtig. Wichtig. Sehr wichtig. Es war leider keine Fische dabei, aber wir sind ja froh, wenn wir hier ein paar Meter weiter kommen. Außerdem auch mal 1 unwichtig. Für mich sind wir erst wichtig, Stufe 2 erreichen. Ab da kann er da mal ein paar reinfeuern. Ach komm, das ist doch lächerlich. Da haben wir dann 6 Spiele über oder 5 und dann kommt der Hampelmann da nicht rein, man. Weiter geht's mit Doghouse. 21,60. Okay. Komm, komm. Ja. Ja, ja. Oh. 17 Spiele. Wenn ich mich hier nicht verrechnet habe. Tja. Das könnte eine Chance werden. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Aber, wie ihr wisst, dann läuft da überhaupt nichts. Wir brauchen die Hütten hier. Dann läuft da überhaupt nichts. Nein, ja. Komm her. Das gefällt mir gar nicht bis jetzt. Oh Gott ey. Ja, das ist schon wieder lächerlich. Ja, das ist schon wieder lächerlich. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, komm jetzt irgendwo in der Mitte. Egal wo. Ach. Wir hätten auf jeden Fall Connection. Ja, gut. Oh, okay. Wenn nicht. Das ist doppelt voll. Das war jetzt nochmal eine kleine Rettung hier aus der ganzen Drecksmisere. Da machen wir uns sogar noch eine Kippe drauf an. Schauber, schön. Komm. Ja, Mut. Wir brauchen jetzt einen Dickel noch wenigstens. Ja, gut. Gut, können wir uns nicht beschweren. Das hat er am Ende nochmal rausgerissen. Klar. Wenn du schon 17 Spiele hast, sowas sollte am besten dann schon kommen. In den ersten 7 Spielen, damit du 10 hast, wo es richtig zwiebeln wird. Aber ja, gut. So, weiter hier. Mit das Blech. Ja, Forts direkt wieder ab. Ein paar hundste Fische dazu. Das war es auch wieder. Aber ja, gut. Das Beste ist eh unten Level 2. Aber das heißt auch alles nichts. Diese ganzen Plus-Geschichten da unten. Das heißt aber auch nichts, Mann. Das heißt aber auch nichts, Mann. Komm schon. Mein Gott. Sieht schon wieder zum Kotzen aus hier. Nicht von mehr so ein paar Gewinne. Meine Güte, ey. Ja, das ist überhaupt nichts. Ja, das ist überhaupt nichts. 350 Euro auf 20 Euro. Das kriegst du auf 1 Euro, wenn du ein bisschen Bock hast. Das war lächerlich. So, Leute. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum eigentlichen Kracher. Oh, 50 Euro. Also, guckt euch mal an einen Kopf runter sogar noch. Wäre noch 25 Mille gewesen vorne am Anfang. Naja, wir können nur hoffen und beten. Komm jetzt. Ja, gut. Wenigstens schon mal 3. 4er wäre natürlich schon ein Brüller gewesen. Komm, mach wenigstens ein, zwei Verlängerungen, ey. Kacke ist natürlich, wenn er noch nicht mal anzeigt, das zum Kotzen. Oh, ey. Jetzt kommt. Wir brauchen die Verlängerung. Ja, Mann. Sauber. Die war sowas von wichtig hier, Mann. Der lässt uns leben, Leute. Mein Gott, ey. Die war sowas von wichtig hier in der letzten Aktion. Komm, mach keine Kacke jetzt. Oh, ey. Komm. 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 Er macht keinen Scheiß, Mann. Ach. Komm. So eine dicke Chance. Komm. Mach doch wenigstens mal einen 4er. Und das, Mann. Ja, gut. 4,9. Wir wollen jetzt hier nicht rumgröbeln. Okay. Das mies ist natürlich, ne. Mit zwei Symbole. Kein 100x. Ach. Schade, ey. Ah, okay. Weiter geht es. So. Weiter geht es. Mit weiß, äh. Wild, weiß, gold. Naja, vielleicht kann der uns ein bisschen aus der Kacke holen hier. Sehr sauber. Sehr schön. Komm, jetzt direkt nochmal einen Wildballern mit einem Stern, wollte ich gerade sagen. Komm schon. Schade. Schade. Komm, eine Chance mit einem Stern kriegen wir noch. Komm schon, Mann. Ja, das ist natürlich zum Kotzen, Mann. Ja, das ist natürlich zum Kotzen, Mann. Ja, das ist natürlich zum Kotzen, Mann. Jetzt hast du die mal 5 Uhr noch da stehen. Leider gerade für überhaupt nichts. Weil die so scheiße kombiniert gerade. Komm, bitte. Mann, der Geier, was ist so rum, der Mist. Okay, ey. Was soll man sagen, ey. So viel Potenzial. Aber leider Käse. So. Weiter geht es. Ja, Leute. Wir brauchen jetzt hier langsamer ein paar Flatschen. Sonst kommen wir hier unter der Räder. Okay, gut. Äh. Plus eins natürlich schmierig. Jetzt brauchen wir natürlich schnelle Skatter hinterher. Okay, sehr gut. Okay, wichtig. Uh. Plus drei. Auch sehr, sehr wichtig. Jetzt komm. Hau die zwei Dinger noch da rein. Dann haben wir hier eine gute Chance. Ne, sauberer. Komm, bleib vorne, vorne. Ja, sauber. Melonen auch gut. Komm, jetzt hau die zwei Schmierchen rein. Dann geht da noch da rein, Mann. Ja, okay. Melonen voll. Boah, die zwei ist vielleicht allein natürlich jetzt. Ja, gut. Super bezahlt. Also, ne. Potenzial war natürlich noch. Eigentlich viel größer. Aber ja, gut. Wir haben uns jetzt wenigstens schon mal. Wir haben uns schon mal 60% zurück. Oder bisschen mehr. So, weiter geht es hier. Kosten bis Pech. Okay, da kommt noch was zu. Komm, Level 2. Wieder super. Ja, das war es dann wieder mal. Aber ja, gut. Vielleicht haben wir ja mal Glück und der Ort hier mal ein paar Hampelmännereien jetzt. Oh, schön sauber. Ein paar ja ein Bierchen hier noch am reingießen. Natürlich hier nächste Kippe wird auch Sonnen. 15 Minuten am drehen, dritte Zigarette. Aber ja, gut. Bleibt ja bei dem Stress hier wieder nicht aus, ey. Komm, save ab jetzt. Ja, schön sauber. Noch ein wenigstens schon mal zwölf Spiele noch zum reingucken. Vielleicht kriegen wir ja noch einen auf Vorsprung. Das wäre natürlich gut. Gut. Komm, Mistgeier. Gib den letzten. Ja, sauber wenigstens den. Ich hab Freie hier noch. So. Zwölf Spiele auch mal zwei. Komm jetzt. Komm schon, man werf doch die Pissfreier da rein jetzt. Ja, okay. Natürlich mit Schmutzfische ist ja klar. Aber wir wären natürlich jetzt erstmal froh, wenn wir schon mal Level 3 klar machen könnten. Wäre doch gut gewesen, mein Gott, ey. Ja, komm noch einer. Schade. Komm, mach es jetzt, Mann. Oh Gott. Da war ja wieder klar, dass der uns verhungern lässt auf dem letzten Moskito, ey. Mein Gott. Ja, ärgerlich, Mann. Naja, ab zum nächsten Game. So Leute, weiter geht es. Guck auf Golden Sands. Das kann auch rein scheppern. Schwieriges Symbol. Ganz schwieriger Drecksgeier ist das. Aber, okay. Anfang ist da. will ich mal wieder mal sagen. Noch jetzt mal hier so sind die. Ja, ich bin jetzt mal da. Ich glaube, ganz ruhig, die sind ja hier. Ah, ich bin jetzt irgendwie ein Wartner ist. Ich bin jetzt ein Wartner. Komm, bau nochmal auf, ich guck das auf Tot-Symbol, oder? Ach, mach doch weiter. Komm, 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 einer geht noch. Oh, komm schon, Mann. Ja, schade. Aber ja, gut, gut bezahlt, also sehr gut bezahlt, was für gut bezahlt, sehr gut bezahlt. Schade, da war natürlich auch noch mehr drin, müssen wir auch ehrlich sagen. Aber wir sind schon wieder fast bei unserer Balance, deswegen können wir jetzt ganz in Ruhe durchatmen. So, ab geht es in die Dice-Show, schauen wir, was hier so läuft. Komm, 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 bleib mal groß, ach komm. Hier bei dem Spiel habe ich immer nur wenig, also 13 ist ja in Ordnung, aber sonst, ey, kümmel ich hier auch immer zwischen 10 und 12 und dies und da drum. Das hat keine so was bringen, schön. Komm, weitermachen. Ja, komm, Mann, scheiße, jetzt hier nicht rein. Ach, komm schon, Mann, mit dem All-Dreier stehen uns doch alle Türen offen, egal, von links, von rechts, von rechts, okay. Okay, ein paar verstaubte Runde noch. Ein paar verstaubte Runde noch. Wenn er wenigstens von Totten noch einen bringen würde. Wenn er wenigstens so die permanente Connection aus. Alte Null. Eieieieiei. Eieieieieiei. Eieieieiei. Eieieieiei. Der hätte natürlich nochmal gebrannt. Ja, das der jetzt kommt war doch wieder logisch. so weiter geht hier bei dem schmutz esel ach du scheiße 50.000 euro ich bin erstmal gespannt ob ich irgendwann mal den max schade obwohl ich kann mich da mittlerweile auch gar nicht mehr drüber herrangen sieht zwar scheiße aus wenn die jedes mal da stehen aber nicht gründlich aber ja johann was willst du machen ich wollte gerade sagen die zwei schmutzpiraten kann es herunterbringen 20 euro von mir zu einer geht noch jawohl sauber wenn er denn jetzt auch noch nachzieht hier kommt mein gott gib doch da naja das ist natürlich ekelhaft dann kommst du in die zweite runde und dann findest du hier keinen fisch geschweige ich wollte gerade sagen ja gut wenigstens sehen noch können wir dann auf jeden fall mit leben allerdings die 100 x noch voll gemacht das ist auf jeden fall schon mal gut und wir sind auf jeden fall schon mal im profit sehr schön so weiter geht mit multi holt also mit dem spiel haben wir noch drei spiele aber klar wir sind natürlich jetzt schon mehr als zufrieden wir haben schon unsere kohle zurück und tausende vor haben die spiele noch im petto da kann man auf jeden fall schon mal 25 meter ruhiger schlafen ich war nämlich eigentlich am überlegen ob ich die spiele festhalte morgen machen dies aber dann habe ich noch gedacht du kannst jetzt schon mit den spielen pennen gehen und weiß nicht was sache ist deswegen ja gut dazu kriegen wir natürlich überhaupt nichts ohne hütten ja natürlich ähm ähm hätte da jetzt schon eine flatsche hütten drin und hätte niemals im leben drei gesehen komm mal noch zwei hütten da unten rein komm man du könntest einmal jetzt ein bisschen profit hier rein hauen ja jetzt bräuchten wir natürlich schon zwei tatschen hier ne ach komm Mistiger Drecksgeier so weiter geht es hier mit juicy fruits multi holt ja vielleicht kommt hier nochmal das ein oder andere gehölzer rein wer weiß das schon okay 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 so mal das ist langsam schwierig, jetzt blau und grün wäre natürlich super, aber das sind natürlich auch mal wieder Wünsche bin ich ja froh, dass wir jetzt schon mal die Balance auf jeden Fall zurück haben, weil sonst wäre hier wieder schweres Geschrei so Leute, letztes Spiel, Hand of Midas, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, was dir so geht oder nicht geht naja, 11 Spiele in den ersten 5 Spielen, weil ich aufbauen würde, könnte man Hoffnung haben, wenn nicht, dann packen wir natürlich direkt ein die Einpackung kann schon mal anfangen aber ja gut, ich bin zufrieden auf jeden Fall klar stelle ich mir natürlich auch auf die Frage, ja gut, warum stellst du überhaupt das Geld immer ans Feuer, so, dass du sagst, ach komm, weißt du was Bonushand, dies, das aber ich liebe natürlich auch den Reiz, oder, äh, könnte ja natürlich auch doppelt und dreifach so viel reinkommen, ne, man weiß es nie ich sag ja, da machst du deine Hand und Uppetsch kriegst du bei dem einen da, Max Rinn oder was, ja, dann hast du noch, was weiß ich, 10, 15, 20 Spiele in petto und bist schon Kilometer, weil, äh, ein Plus, naja dann guckst du selber doof aus der Wäsche naja, komm, jetzt schaffst du hier in der Wilds rein, sich feiern für nix alles für nix, ach komm kannst du dich noch bedanken hier um die hohe Zeit aber ja gut, Leute, wir haben jetzt insgesamt, Matama Plus, ja gut, fast 3 Mille ist okay wie gesagt, Leute, da machen wir mal hier Feierabend wer bei den nächsten Streams dabei sein will, geht auf den Link unten werdet da in den Kommentaren finden, wie gesagt einfach drauf gehen, Konto machen, dies, das, abonnieren dann werdet da mal benachrichtigt für alle anderen, die wissen wollen, wo ich online peitsche, Leute erstes Kommentar seht da direkt auch ein blauer Link einfach drauf klicken, dann kommt die ganze Auflistung ganz oben sind die Paysafe-Dinger weil viele ja mit Paysafe suchen, dies, das und in dem Sinne, macht das gut, Leute, auch rein dann kommt die Paysa in die Paysa so